Hallo meine Lieben, Schatten, Träumer und ganz ganz herzlich willkommen zum 13. Die sind natürlich, ihr seht schon, hier ist vorhin ein Fehler passiert, ich habe schon angefangen das Video zu drehen und habe dann festgestellt, dass mein Ton gar nicht aufnimmt, deswegen ist das Päckchen jetzt schon auf, ich habe aber noch nicht gesehen, was drin ist. Von dem, wie sich das anfühlt, könnten das so Augenpads sein. Aber das ist irgendwie, es fühlt sich so an, als wären das so ovale Formen und das Päckchen ist relativ klein und deswegen glaube ich, dass das so Augenpads sein könnten. Und wegen der Unmode noch ganz kurz, falls ihr meine Hauptvideos jetzt nicht gesehen habt, beziehungsweise Hauptvideo, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie viele kommen werden bis zum heutigen Tag. Ich habe eine neue Unmode, weil ich endlich einen Community-Namen für euch, 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 die, die und euch, euch, euch gefunden habe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, wir machen das jetzt mal auf, ja, es wird wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht kriege ich es diesmal dann wenigstens so leisernd, dass ich es nicht schneiden muss. Und das sind Augenpads in Pinke, also in Pinke, ich kenne die nur in Gold. Und zwar sind das Yeah Beauty, iPad, Mask, Energy, Elixir, Pink, Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C, Inhalt, zwei Augenmasken. Mit dem super weichen Augenpads und dem leistungsstarken Elixir aus Pink, Frank, Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C haben Augenringe keine Chance. Mit der luftgeleidigen Hydro-Chall-Check-Store wird die Haut der Augenpartie in wenigen Minuten hydralisiert und intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Gut, da bin ich ja mal gespannt. Ich kenne nur die goldenen und die mag ich echt gerne. Steffi, schreib mir mal unten hin, ob du die schon benutzt hast, wie du die fandest. Ich würde sie ja mega gerne schon aufmachen, aber die trocknen sonst zu schnell aus. Ich würde sie ja mega gerne schon aufmachen, wenn du siehst, wie 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 du siehst. Ich glaube, ich weckle kurz das Setup und hole euch mal runter und dann machen wir ein bisschen Tracing damit. Weil das ist einfach, als das so zu tracen. Aber erst noch ein bisschen Dipping. So meine Lieben, jetzt habe ich das Setup kurz gewechselt. Und ihr seht die Perspektive, die ihr bei mir sehr, sehr oft seht. Und ich habe mein Tracing-Tool hier. Und ich dachte, wir können jetzt einfach ein bisschen tracen. J-e-a-o-d-y J-o-d J-o-d-y Dann haben wir eine Eye PET Mask mit hier diesem Kreis. Dann haben wir Energy Elixier. Elixier. Und dann haben wir B, I, N, K, Pink. G, R, A, B, E, F, R, U, Pink Grapefruit. Dann haben wir Hyaluron. 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 Und Vitamin C. Hier haben wir noch das Gesicht, auf dem erklärt wird, wo die Eyebands geklebt. Geklebt werden müssen. Die Augen, die Nase, der Mund und hier sind die Eyebands. Und so. Und so, 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 so sehen die aus. Ich glaube, die Waschmaschine schweigt, das tut mir leid. So sehen die aus. Und ich finde diese Luftblasen irgendwie mega satisfying optisch. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ich finde die irgendwie mega, mega hübsch. vielleicht kriegen wir mit dem Pinsel noch ein paar Cranky, 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 aber nein. Okay, schade. Ähm, meine Lieben, ich glaube, das wird jetzt ein sehr kurzes Video, weil es gerade einfach immer lauter wird. Ich, ähm, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke fürs einschalten. Guckt morgen unbedingt bei der lieben Steffi vorbei und ja, ich hoffe, euch hat ein kleines Video gefallen. Tschüss, meine Lieben. Tschüss, tschüss, tschüss. Gute Nacht. 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 Gute Nacht.